In diesem Video möchte ich mit euch über das zukünftige Season 1 Update bei Call of Duty Modern Warfare 3 reden. Doch vorher möchte ich euch einmal zeigen, dass ich 71,4% Nutzer ohne Abo auf meinem Kanal habe. Also, falls euch diese Videos gefallen, dann lasst doch bitte ein kostenloses Abo da, um diese Statistik ein bisschen zu verbessern. Dann kommen wir auch mal direkt zum Video und zwar hat Call of Duty hier so eine Roadmap von Season 1 veröffentlicht und dort sehen wir schon so einen groben Überblick von dem, was uns erwartet. Und ich möchte jetzt näher auf die einzelnen Punkte eingehen. Und zwar kommen vier neue Multiplayer-Maps dazu. Drei Stück davon sind 6 gegen 6 und eine ist 2 gegen 2. Und diese Karte ist eine eher mittelgroße Karte, bei der ihr euch durch ein Einkaufszentrum kämpfen müsst oder halt draußen auf den Seitenstraßen. Die nächste Map ist Meat und diese ist eher eine kleinere Map, Leute. Das ist eine Fleischfabrik bzw. ein Fleischverarbeitungslager und hier wird es wahrscheinlich auch sehr rasant zugehen, weil die Map halt etwas kleiner ist. Dann gibt es doch die mittelgroße Karte Grease und hier könnt ihr auch in den Kanal springen, um euch im Wasser fortzubewegen und damit ihr schnell die Position wechseln könnt. Und ihr könnt hier wohl auch auf mehrere Dächer drauf. Und die nächste Map ist die Trainings Facility Map und das ist eine 2 gegen 2 Gunfight Map. Und somit wird auch bestätigt, dass Gunfight zurückkommt und Call of Duty schreibt dies dazu. Gunfight kehrt zu Call of Duty zurück und lässt zwei Zweierteams in einem rundenbasierten Match gegeneinander antreten. Es gibt keine Response und allen Spielern wird zu Beginn jeder Runde das gleiche zufällige Loadout zugewiesen. Die zugewiesene Ausrüstung ändert sich alle zwei Runden und man weiß nie, was man bekommt. Möglicherweise tauschen sie in einer Runde Schüsse mit Kampfgewehren aus und stürzen sich dann in der nächsten Runde mit Schrotfinden ins Geschehen. Mit anderen Worten, nehmen sie was ihnen gegeben wird und machen sie es noch schlimmer. Jede Runde dauert 40 Sekunden, in denen die Teams versuchen die andere Seite auszuschalten. Wenn die Zeit abläuft und beide Teams noch am Leben sind, erscheint 10 Sekunden lang eine Flagge auf der Karte. Das erste Team, das die Flagge erobert oder das gegnerische Team eliminiert, gewinnt die Runde. Wenn in der Verlängerung keines der beiden Teams gewinnt, gewinnt das Team mit der meisten Gesundheit. Das erste Team, das sechs Runden gewinnt, gewinnt das Spiel. Und hier gibt es noch fünf Gunfight Karten. Zum Start der Season 1, abgesehen von der Trainings Facility, gibt es noch die MW2 Karten, L.E., Blackside, Exhibit und Shipment. Dann wird es noch einen neuen Spielmodi geben und zwar Alles oder Nichts. Hier spawnt jeder mit einem Wurfmesser und ohne Munition. Erst wenn ihr mit dem Wurfmesser die Gegner tötet, lassen die Munition fallen für eure Waffen, mit der ihr dann 20 Kills machen müsst, um das Spiel zu gewinnen. Aber nun kommen wir mal zum Thema Zombies. Und zwar wird es eine neue Wunderwaffe geben, die VR-11. Und ich lese mal, was Call of Duty dazu schreibt. Season 1 bringt die neue Wunderwaffe VR-11. Verwandeln sie Feinde mit den leistungsstarken VR-11 in Verbündete. Schieße auf Zombies und verwandeln sie in Menschen oder springe Menschen, um sie in freundliche Zombies zu mutieren. Wie sie vielleicht erwarten, schließen sich verwandelte Menschen ihren Kampf an und ziehen die Aufmerksamkeit von Zombies in der Nähe auf sich. Während verwandelte Zombies ihre unaufhörliche Jagd nach dem Fleisch ihres Feindes beginnen. Dann wird es noch die Dark Aether Rifts geben und die bringen Belohnungen für diejenigen, die sich ihren Herausforderungen stellen. Das sind dann Labyrinthe, die sich im dunklen Aether befinden und ihr Trupp hat dann 30 Minuten Zeit, um eine Reihe von chaotischen Zielen zu erfüllen und außergewöhnliche Belohnungen zu halten. Also Leute, hier wird es wahrscheinlich sehr gute Belohnungen geben, was ihr dann erfahren könnt. Und natürlich geht die Story auch weiter mit einem neuen Akt, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und zwar gibt es auch hier neue Pläne Leute, die Wunderwaffe haben wir ja gerade gesagt, es wird einen neuen Kriegsherrn geben, das ist hier dieser Warlord ganz rechts, diese Frau. Dann gibt es noch die Hundeknochen und wenn ihr dies aktiviert, könnt ihr den stärksten Höllenhund beschwören. Das ist aktuell der in der dritten Zone und so ein Höllenhund ist eigentlich auch ganz praktisch, weil er euch auch immer wieder healen kann Leute, solange er leben hat. Und ihr wisst, der stärkste Höllenhund, der ist quasi unzerstörbar, weil der hat so viel Leben und regeneriert sich auch. Also ist das schon ein sehr guter Weggefährte für das ganze Spiel. Dann gibt es noch die Goldene Panzerplatte Leute und diese wird eure Rüstung durch einen besonderen Rüstungsträger ersetzen und diese wird sich auch im Laufe der Zeit automatisch reparieren für zusätzliche Schadensresistenzen. Und dann wird es noch die Ätherklinge geben Leute und diese Ätherklinge, die hört sich so besonders an. Und ich lese euch jetzt die Worte von Call of Duty dazu vor. Die Ätherklinge ist ein besonderes Wurfmesser mit unendlich viel Munition und einem Boomerang ähnlichem Kampfstil. Nachdem sie einen Feind getroffen hat, lokalisiert die Ätherklinge den nächstgelegenen Feind, den sie treffen muss, bevor sie zum Bediener zurückkehrt. Also Leute, wenn ihr jemand mit der Ätherklinge getötet habt, dann wird diese Ätherklinge den nahesten Gegner finden, ihn auch nochmal töten und wieder zu euch zurückkommen. Und es gibt halt noch viele Sachen, die in der Mid-Season noch veröffentlicht werden, aber dazu kann man ja dann später nochmal Videos machen. Mir war es erstmal wichtig, dass ihr überhaupt wisst, was direkt am Anfang auf euch zukommt. Und das, was ich euch alles aufgezählt habe, das wird dann wahrscheinlich auch direkt zu Beginn von Season 1 auf euch zukommen. Und die neue Warzone-Map wird ja ursichstern, also die jetzige Zombie-Map wird zu Warzone-Map. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen Leute. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber so wie ich verstanden habe, wird auch dann mit dem Update die MW-3-Waffen in Warzone integriert. Also ihr könnt dann mit euren MW-3-Waffen, die ihr gelevelt habt, auch Loadouts für Warzone machen. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch gut informieren. Hier sollte es auch hauptsächlich nur um Zombies gehen. Darum habe ich jetzt halt nicht so viele Infos dann zu Warzone und Multiplayer integriert. Aber falls ihr das nochmal wollt, werde ich noch ein separates Video dazu machen. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und ein kostenloses Abo dalässt, um mich zu unterstützen. Weil das Ganze kostet euch nichts Leute. Und ihr könnt auch gerne mit einem netten Kommentar, wie ihr das Video findet oder halt mit anderen Fragen, meinen Algorithmus pushen, damit ich mehr Leute erreiche und auch mehr Leuten in Zukunft helfen kann. Wie zum Beispiel, dass ich Baupläne droppe oder mit denen zusammen irgendwelche Missionen mache, wie in letzter Zeit auch. Dann bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.